Hallo Leute und schön, dass ihr wieder dabei seid bei Final Fantasy VII, dem Remake im Modus Schwer. Wir sind wieder in der Kanalisation, es müffelt ganz schön, aber da müssen wir durch. Wir müssen Tom Corneo finden und dafür haben wir uns mit Leslie verbündet, der Corneo wohl hintergeht oder was auch immer. Also, ich würde mal sagen, schauen wir mal, was das Schönes tut. Hier? Ja, jetzt sag uns, wie wir raufkommen. Er ist drin. Soll das heißen, wir sollen mitkommen? Tut mir leid, aber ich brauche euch noch ein bisschen. Alter, ist das hässlich. Verdammt! Halt! Hinterher! Aber... Er hat den Schlüssel. Ohne ihn sitzen wir fest. Los! Dann hinterher! Es ist da vorne abgewogen! Schwert Sturm! Das sollte reichen! Und weiter! Ups! Für eine Kiste habe ich immer Zeit. Ah nööö. ganz schnell auch mal kurz eine pause hat ihr feuer drin maximale nicht so voll Einmal Feuer. Komm schon, Gebet. Komm Pirate. Fick sie weg. Es wird zwar nett, aber ok. Ok. Jetzt liegt es an dir. Und Gebet. Komm stirb. Ja, schön. Ok. Ey, nenn mich doch nicht nieder, ich muss mich grad heilen. Wo hat sich das wieg nur verkrochen? Weiter oben. Hat die Sache verkompliziert. Moment, da ist doch ne Tür. Die verschlossen ist. Ok. Sorry. Weiter gehts. Hier haben sich diese Biester ihr Nest gebaut. Sie könnten jederzeit irgendwo rausspringen. Seid vorsichtig. Ok. Kanalisation. Alter, der Kanal. Der sieht echt schon richtig vergambelt aus. Und, yeah, wieder unwichtiges. So soll es sein. Lass mich mal vorbei hier. Mach den nicht immer so fett. Na los. Einer für alle. Komm mir erler. Komm mir du für erler. Ich zähle auf dich. Lass mich mal. Ah, ok. Nächste muss ich mal analysieren. Ja, Barrett. Wir wissen ja. Das ist Spaß. So. Hopp. Da ist er, oder? Da ist er. Bleib da. Erst spätes lang. Dann verstecken. Fertigkeiten. Analyse. Den habe ich schon analysiert. Ja. Dann übernimm. An die Arbeit. Feuer. Okay. Ich sehe es. Und. Zack. Ja. Dein Einsatz. Jetzt. Stab ich. Er ist. Er ist. Maximale. Und. Ich sehe auf dich. Wurde schon. Ungeduld. Ich sehe ich zurück. Das ist. Ich sehe ich gerade kurz zu kümmern. Weil die Verständnis nicht übertreiben. Das stehen wir durch. noch einmal, gebet wow, warum hat der jetzt so tiefer zerlegt wer hat der jetzt so tiefer zerlegt das war jetzt nicht so schön ich glaube ich hätte das geschafft hat noch mal so da liegt wieder eine Materie, das ist sicher eine Heilmaterie Toxin sinnvoller als alles andere so dann mal hier weiter ich komme du scheiß wie du grösst nein, nein, nein sakre bleu wo ist er denn volle konzentration boah, komm schon, jetzt kommt wieder so ein Sagi in den Arsch hier war das Feuer ich weiß, was ich gerade vorher machen wollte Feuer Sagi Feuer Sagi Feuer Sagi komm schon maximale Huf komm schon komm schon scheiße ey scheiße ey so ichعد ich bat ja hätte trotzdem Pässe laufen können Magie, Vitra, Grau, Barret, ok. So, das sind wieder Kisten. Nur Schraub drinnen, warum soll es auch anders sein? Oh, genau. Falsche Taste, auch Falsche Taste, weil da wieder die Sequenz kam. Hallo? So, jetzt. Genau, so, Diffa, Frost weg, darf wir... Warten der, hat er, hat er sie? Ne, hat sie sie? Ah, ja, sie hat sie. Und Oxyl, du mal weg, bis es immer ist es sinnlos. So, jetzt greift Diffa auch mit Feuer an. Und was greift eigentlich Peridon? Mit Luft, oder wie? Ne, der macht noch eine Abi. Ok. Jetzt haut das Vieh schon wieder ab. Jetzt wird ausgeteilt. Gnadenlos. 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 Jetzt machen wir nur das. Hier kommt Gerber. Sehr schön. Und Schüß, Jungtier. Schachschuss. Du bist am Zug. Ich mach das. Schachschuss. 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 Ist ja. Wir sind mal nicht Dauertod. Wo ist denn jetzt das Scheißvieh? Wo ist denn jetzt das Nerf und der etwas? So langsam nervt das Vieh. Schwertsturm. Boah, uncool. Ja, bin weiter. Ich bin es eh schon gewohnt. Da frisst man das Feuer. Hier aber noch. Okay. Gebet. 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 Und tschüss. Ha. Nichts hält uns auf. Richtig. Zumindest dich nicht. Ja, ja, wir kommen gleich. So. Und, und? Wieder Unnützes. Wie soll es auch anders sein? Wir nichts. Wir nichts. Ja, okay. Wo ist denn Fratz Gerda? Komm her. Von beiden Seiten. Okay. Lass es nicht entwischen. Also, will ich sagen, aber der kleine freut sich ganz schön. Ich glaube, der spielt uns den Streich. Gerissenes Biest. Ganz das Herrchen. Gib das zurück. Ha. Schutzstiefel. Na ja. Könnte sinnvoll sein. Okay. 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 So. Und. Up. Uh. Ja, da kommt Mami. wieder. Das war's. Dann übernimmt. Ich leg los. Aufschlag. Ja. Dann los. Ja. 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 Okay. Mach sie mal los. Ich lasse mich mal los. Nein nein. Ich will auf die Grau. Wow. Piffer. Ja. Ja. schlagen hier geblieben entscheiden wir es jetzt zeige zack zack das darf einfach nicht sein das wird wehtun dacke warte ich bin gleich bei dir bei 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 schaden übernehmen nachgeben so eine schande die jetzt nicht schlafen ja 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 das geht zum angriff los schon gewann jetzt ganz schön ja was wie die mama ja viel erfolg wurde schon und tschüss ein weiter gegen hier es ist unsere chance jetzt jetzt hast du hey drück dich doch nicht wieder raus man das geht und die die auch ne sorry das gehört nicht wirklich dir oder schwester mutter familie habe ich nicht unser traum ist vorbei leslie die blume steht für du musst mich vergessen für immer ein halbes jahr her kurz darauf wurde sie corneos braut und verschwand aus meinem leben den anhänger gab sie mir zurück abgebrüht oder dabei war das teil verdammt teuer was willst du hier unten überhaupt ich will rache ich warte schon zu lange wenn ich kein schlussstrich ziehe werde ich nie loslassen können wenn es dir hilft solange wir nach oben kommen ist egal keine sorge ich stehe zu meinem wort du gefällst mir kommt hier lang eine abkürzung kommt gleich zieht ihr noch was da ist noch eine kiste ist nichts drin ok ok na warte corneo wenn ich dich in die finger kriege nein corneo gehört mir wie bitte verstanden moment ok moment da sind wir gekommen weißt du nicht für was das war aber die tür war verschlossen aber egal wenn man wahrscheinlich irgendwann machen wenn man wahrscheinlich irgendwann machen Bewege dich, man. Schneller! Hallo, warum nehmen wir nicht die Tür? Naja, ok. Muss es so bildlich die erste sein? Wartet hier kurz. Ob der Typ da drinnen alleine klarkommt? Ich bin dann nachgegeben. Oh, ein Bänkchen. So. Dann gucken wir mal, oder? Hier ist Leslie. Ich habe eine Nachricht für dich, Corneo. Hori? Du kommst allein? Ja. Hori? Und wo sind die Täubchen vom Avalanche? War doch schließlich deine Aufgabe, diese Bilder zu schnappen. Tut mir leid. Deshalb will ich mit dir reden. Leslie! Du weißt schon, warum ich mich hier verstecke, oder? Ich habe den Täubchen von Avalanche etwas zu viel vorgesungen. Leider hat das Shinra absolut nicht gefallen. Sie wollten die Platte babababam runterholen und ausnahmslos alles in Sektor 7 im Erdboden gleich machen. Aber diese Belga haben die Leute gewarnt und die meisten Menschen konnten leider fliehen. Ich verrate dir ein Geheimnis. Shinra will Midgar aufgeben und ein neues Paradies zum Leben erschaffen. Ursprünglich hätte ich der Don vom Weimar in der neuen Stadt werden sollen. Stattdessen bin ich jetzt auf der Flucht. Lassling. Dabei hatte ich eigentlich vor dir die Führung meines Ladens in der neuen Stadt zu überlassen. So ein Jammer. Und jetzt zur Preisfrage. Wann legen Schurken wie ich am liebsten alle Karten auf den Tisch? Hä? Die Antwort kennst du doch bestimmt, du Schlaumeier. Wenn ihr wisst, dass ihr gewonnen habt. Bingo. Freu dich nicht zu früh. Hier, hier. Wir würden jetzt von dir gerne alles über Sektor 7 hören. Ist er jetzt durchgeknallt? Hoi! Pech für euch! Denn ich schreie hier nicht zum Spaß rum, wisst ihr? Oh! 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 Woho! Och nö! Jetzt kommen die Pelka auch noch. Kümmern wir uns erstmal um den. Er mag Feuer. Okay. Aber sieben wir kein Feuer. Dann friss mal. Feuer! Und tschüss! Feuer frei! Oh! Der Leben! Autsch! Pfiffa! Äh... Nie tief! Zu nachlässig! Magie! Das Kirm! Nichts überstürzen! Es geht los! Brennen! Ha! Dein Einsatz! Auf Onkel Barrett das Palast! Mach sie mal los! Du bist am Zug! Lass mich mal! Ja! Ha! Ha! Ne! Feuer! Feuer! Feuer frei! Ja! Und Feuer! Kann ich so keinen Schwanz abschneiden? Okay! Kann ich so keinen Schwanz abschneiden? Okay! Wuh! Okay! Defa! Einmal Heel! Magie! Boah! Ich riskier's wieder! Na ja! Okay! Dann übernimm! An die Arbeit! Roger! Ich übernehme! Ha! 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 Danke! Nein! Wird dafür keine Folge genutzt mehr gegangen! Feuer frei! Schlaf! Ha! 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 Stufe ist Öffnung! Okay! Das hört sich nicht so gleich, Lomatikon! Onkel Barret ist verlassen! Aus dem Weg! 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 Ha! Ha! Was? Magie! Föger! Lohnt es sich? Ja! Es lohnt sich! Dann übernimm! An die Arbeit! Ha! Ha! We are red! Mal wieder! Ich zähl auf dich! Jetzt hab ich ihr das sagt! Ich übernehme! Ich kriege viel von da ist weg! Ja! Übernimm du! Du hast schon angedunk! Überlass das mir! Stattet! Oho! Uh oh! Oho! Es sind nur mehr so eingepischt, oder? Warum seid ihr denn alles so eingepischt?! jetzt habe ich ja das sagen das nicht mal ich werde nicht übertreiben und noch mal geblieben jetzt gehts erst richtig los maximale wuch, rechtes horn folga, rechtes horn jetzt gehts um alles mit vereinter kraft schon gut, ich hol noch was aus vitra, nein nicht regena oh, scheiß drauf, ich nehme das große was für eine blamaste hier ist genug da nehmen wir lieber auch das große boah, das gibt die Sorgen raus uh, beklaut wirds knapp mariefeuer rechts hoch schlecht jetzt noch hier hier bin ich limit break, atomisierer, rechtes horn das ist unsere chance nicht aufgeben nicht mit mir schaff nein, 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 nein magiefeuer hat er das rechte horn hält viel aus aber sind los mit dem scheiß ohren das ist der komplette akku aber ich will das rechte wunderschönen jetzt ist es aber richtig küssig Jetzt gehörst du mir! Bereits! Da! Was für dich! Spring für mich ein! Es ist vorbei! Jetzt abletzen! Hm. Magie! Warte sind es viele erst! Magie! Okay! Wir finden... Wer hat Bird noch? Ja, genau! Komm schon! Ne, 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 ne! Beschwörung! E3! Hört sich ja gut an, oder? Halt dich nicht zurück! Ähm... Da! Die Fahne nicht zurück! Viel Erfolg! Ob Onkel Barretas Verlass! Ach, ganz gut! Wir sind es recht! Das war's! Ja! Wir sind das, was wir machen! Ja! So! Es ist bei Fähigkeit! Äh... Einen frechlichen Angriff! Nö! Kein frechlichen Angriff! Irgend so was! Recht so was! Und einmal mit Targo geht es jetzt aus, dass es so gut war. Jetzt liegt es an dir. Alright. Blimey, Delfinschlag. Auf den Schwanz. Könnt es sein, dass er es eingepisst ist. Wow, Kiffer ist down. Dafür ist natürlich Yfrit pissig. Okay, Yfrit war so pissig, dass er einfach getötet hat. Ist auch okay. Guter Yfrit. Braver Yfrit. Darfst du nachher mit dem Lolli nehmen. Boah, mein Mann ist echt im Arsch. Ja, tja, tja. Den Schwanz hätte ich dir auch gerne abgehackt, aber das ging es wohl nicht immer aus. Aha. Gut. Leslie, wo bist du? Bist du okay? Wo ist Corneo? Sorry, es ist entkommen. Ah. Ah. Verstehe. Ich finde ihn schon. Ich hab sonst eh nichts zu tun. Willst du nicht jemanden anders suchen? Hä? Du hast sie doch geliebt. Manchmal merkt man's erst, wenn man jemanden verloren hat. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Die Blume steht für... Was wollte sie wohl sagen? Oh. 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 Wie? Die Blume steht für ein Wiedersehen. Oh. 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 du wirst du entweder dein Versprechen vergessen? Natürlich nicht. Da ist er. Gehen wir raus. Dann sag ich, wie er hochkommt. okie-dokie was noch hier sind wir gekommen macht ihn nicht so dick Wenn wir von hier gekommen sind, wo komme ich denn da hier raus? Aha. Okay. Ich wünsche euch was. Wir machen hier den Cut. Wir sehen uns das nächste Mal. Und tschau!